Herzlich Willkommen zum ultimativen WM-Quiz hier. Heute zu Besuch Dick und Doof und Patrick. Nein, wer sie nicht kennt, Jonas und Patrick. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Frage 1. Bei wem gilt das Motto, der frühe Vogel fängt den um? Wer ist der bessere Koch? Wer kann mehr Sprachen sprechen? Wer zahlt mehr Strafen in die Mannschaftskasse? Jetzt bin ich gespannt. Wer macht mehr Party? Wer schlägt beim Buffet mehr zu? Wer ist ungeduldiger? Wer ist ordentlicher? Wer ist die größere Naschkatze? Wer hat den besseren linken Arm? Wer hält länger im Unterarmstütz? Wer ist der bessere Autofahrer? Okay, also Endstand weiß ich nicht. Das blenden wir sicherlich hier hochprofessionell ein. Vielen Dank euch beiden und gutes Gelegen weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.